Herzlich willkommen zu Urlaubslauschen, der Reisepodcast von Centerparks. Mein Name ist Timo und in diesem Podcast erfährst du ganz neue Blickwinkel auf das Thema Urlaub, deine schönste Zeit im Jahr. Wir haben hier glückliche UrlauberInnen zu Gast, wir haben ExpertInnen zu Gast und tauschen uns zu verschiedenen Themen aus. Wenn du also Lust hast auf deinen nächsten Urlaub und da ein bisschen die Vorfreude befeuern möchtest, dann lausch doch einfach mal rein. Ich freue mich drauf. Hey, cool, dass du heute bei unserer neuen Folge von Urlaubslauschen, der Reisepodcast, wieder mit dabei bist. Ich bin Timo und freue mich, wieder mit dir auf Reise zu gehen. Heute sprechen wir über die schöne Qual der Urlaubswahl. Was für einen Urlaub möchte ich überhaupt machen? Berge oder mehr? Wellness oder Kinderspaß? Klassisches Kulturprogramm oder doch den guten alten Aktivurlaub mit Hund? Wir geben dir Insights rund um das Thema Reiseplanung und Tipps zur Auswahl deines nächsten Reiseziels. Außerdem sprechen wir mit einer echten Reiseexpertin darüber, wie man seine Reiseplanung am besten angeht und worauf man achten sollte. Mein Gast ist nämlich eine Mitarbeiterin des Centerparks Kundencenters, die uns von ihren Erfahrungen und den verrücktesten Urlaubsvorstellungen und Plänen erzählen wird. Also, bleib dran und wir finden gemeinsam heraus, wie du das für dich perfekte Reiseziel findest. Auch heute starten wir unsere Folge mit einigen spannenden Fakten. Los geht's. Fakt 1. Wusstest du, dass die Wahl des Reiseziels für die Deutschen auch damit zusammenhängt, dass sie gern braun werden wollen? Ich wusste das auf jeden Fall nicht und finde es echt super lustig. Da sind wir doch einfacher gestrickt, als man manchmal so denkt. Das Ganze hat jeder Dritte, also 31 Prozent der deutschen Reisenden bestätigt. Fakt 2. Gemessen am Urlaubsbudget galten die Deutschen jahrelang als Reise-Weltmeister. Im Durchschnitt bereist ein Bundesbürger etwa 10 Länder. Das entspricht etwa 5 Prozent aller 193 Länder, die wir auf dieser Erde hier so haben. Und nachdem die Deutschen einige Länder bereist haben, finden ganz viele dann aber doch schnell die Orte, an denen sie sich besonders wohlfühlen und kommen dann da immer wieder hin zurück. Am Ende des Tages ist der Mensch dann wohl doch ein Gewohnheitstier und das gilt scheinbar vor allem für die Deutschen. Fakt 3. Laut Statista planen ganze 28 Prozent der Deutschen in diesem Jahr eine mindestens fünftägige Urlaubsreise im eigenen Land. Also gar nicht im Ausland. Circa 16 Prozent der Befragten haben vor, in diesem Jahr eine Fernreise zu machen. Und 15 Prozent sind noch unentschlossen, wo und wie sie ihren Urlaub in 2023 verbringen möchten. So, das waren unsere Fakten der Folge. Wie ist es bei dir? Fährst du auch gerne an dieselben Orte, die du schon kennst und wo du alles schon hast, wo du schon genau weißt, wie es da abläuft? Oder möchtest du im Urlaub immer wieder etwas Neues entdecken? Schreib uns dazu doch gerne bei Instagram über centerparks.de. Wir sind schon ganz gespannt, wie es dir bei der schönen Qual der Urlaubswahl so ergeht. Bevor wir mit unserem Interview weitermachen, wollen wir uns zunächst einmal anhören, woher sich die unterschiedlichen Menschen ihre Reiseinspirationen so holen, um ihr Urlaubsziel auszuwählen. Dazu haben wir wieder auf der Straße ein paar Leute befragt. Lass uns da doch einfach mal reinhören, was die so zu sagen haben. Freunde oder Bekannte, die vielleicht berichten, wo sie mal gewesen sind oder was gehört haben, wo sie mal hin müssen. Ansonsten auch über soziale Medien und tatsächlich hat mein Vater noch so ein altes Buch im Schrank, irgendwie schöne Urlaubsorte zu besichtigen und da kann man sich auch mal die ein oder andere Inspiration herholen. Reiseinspirationen bekomme ich vor allem von den Leuten in meinem Umfeld, die selber schon gereist sind, die so ein paar Geschichten erzählen. Und vor allem, was heutzutage ja sehr relevant ist, die sozialen Medien. Ja, da sind viele interessante Orte zu sehen, die man selber dann vielleicht auch mal nicht nur auf einem Foto sehen möchte. Bis jetzt ist mir das eigentlich immer so zugeflogen. Also dann hat sich meine Freundin viel drum gekümmert und hat Ideen, wo es hingehen kann oder von Leuten aus unserem Umfeld kamen, Hinweise und Tipps. Aber ich hole mir da wenig Inspiration und beschäftige mich damit auch eigentlich wenig. Manchmal reise ich auch einfach spontan los und habe dann gar kein richtiges Reiseziel im Kopf, sondern lande da, wo es mich hin verschlägt. So, das sind definitiv sehr viele verschiedene Quellen für die Reiseinspiration. Man merkt auf jeden Fall, dass die sozialen Medien bei ganz vielen da eine sehr wichtige Rolle spielen. Und wenn ich da jetzt an mich persönlich denke, ich muss sagen, ich bin da, glaube ich, eher noch traditionell unterwegs. Ich fahre immer dahin, wo ich mit der Familie früher so war und das meine Freunde mir so erzählen. Also ich bin da ja noch wahrscheinlich eher konventionell unterwegs. So, ich freue mich sehr, dass wir heute eine Dame zu Gast haben, die sich mit Urlaubswünschen und Vorstellungen bestens auskennt. Monika. Sie ist Mitarbeiterin beim Centerparks Kundencenter und hilft den Gästen bei ihrer Urlaubsplanung. Herzlich willkommen, Monika. Wir freuen uns sehr, dass du heute dabei bist. Stell dich unseren Zuhörern denn doch einmal ganz kurz vor. Ja, hallo. Ich bin Monika. Ich bin 40 Jahre alt, habe zwei Kinder und arbeite seit sieben Jahren im Kundencenter bei Centerparks. Ja, perfekt. Nochmal super schön, dass du heute mit dabei bist. Vielen Dank für die kurze Vorstellung. Heute sprechen wir ja über das Thema Reiseplanung. Also da geht es dann um Fragen wie, wo soll mein nächster Urlaub hingehen? Wie finde ich Kompromisse, sodass dann auch alle wirklich zufrieden sind? Und worauf man achten sollte, um den nächsten Urlaub perfekt zu planen? Vermutlich bist ja jetzt gerade du mit diesen Fragen in deinem Job ja besonders häufig konfrontiert. Könntest du uns mal kurz erklären, was du in deinem Beruf so im Alltag machst? Also was mache ich im Alltag? Wir nehmen also Buchungen auf, telefonisch. Die Kunden rufen an und sagen, ich möchte gerne mit meiner Familie den nächsten zum Beispiel Osterurlaub im Allgäu verbringen. Oder sie sagen, sie möchten gerne nach Holland. Also sie geben erst so in etwa ihr Ziel an bei uns. Und wir versuchen dann rauszufiltern, was für diese Kunden am besten wäre. Manche Kunden sind sehr gut organisiert. Das heißt also schon beim Anfang des Gesprächs haben sie die Kundennummer zur Hand, weil sie seit zehn Jahren schon nach Centerparks fahren. Bei anderen muss man halt gut zuhören, ja auch sie beraten, psychologisch auch mitarbeiten, um sie für das ein oder andere Ziel zu begeistern. Ich mache das, also ich finde es eigentlich immer sehr schön, weil wenn man rausfindet, dass eine Familie mitfährt, dass man sagt, okay, fahren sie besser in den Park und nicht in den anderen. Ja, man berät mit den Kunden zusammen. Man nimmt sich die Zeit, ihnen auch einen schönen Urlaub vorzustellen. Und im besten Fall wird da draus für die Kunden dann auch ein schönes Urlaubserlebnis. Ja, perfekt, alles klar. Wie ist da so das Verhältnis? Also wenn du sagst, da rufen Leute bei dir an, die einen sind besser vorbereitet, die anderen eher weniger da schon präzise. Wie viele Leute haben denn schon eine genaue Vorstellung, was sie möchten? Und bei wie vielen kommt dann deine Beratungsleistung zu tragen? Ja, das kommt immer ein bisschen drauf an, wenn es ein Urlaub ist, der später praktisch stattfindet. Also ich sage jetzt mal, wir haben im Februar für den Sommer, dann wissen die Leute schon eher, wo sie genau hin möchten. Also nur ein Beispiel, dann nach Holland ans Meer. Okay, weil für sie dann Holland, Meer, Strand und so weiter im Fokus steht. Es gibt auch andere, die jetzt sagen, okay, wir haben ein paar Tage Karneval frei. Wir möchten gerne noch in den und den Park. Wir versuchen natürlich dann noch alle unterzubringen, aber ja, manchmal haben wir halt gar keine Häuser mehr und die können wir jetzt auch nicht so aus dem Boden rammen. Das stimmt wohl, okay. Das heißt, die Leute, die ihre Reise weit im Voraus planen, da kommt dann eher deine Beratung zum Einsatz. Und Leute, die kurzfristig was wollen, die wissen dann schon recht genau, wohin und was ihnen da wichtig ist. Okay, alles klar. Du hattest eben schon kurz gesagt, dass du auch viel mit Familien sprichst. Also wenn wir uns jetzt mal speziell so Reisegruppen anschauen, also wenn mehrere Menschen dann zusammenkommen und dann ihre Reisevorstellungen quasi unter einen Hut kriegen müssen. Wie berätst du diese Gruppen, damit auch dann alle Gruppenmitglieder wirklich auch was vom Urlaub haben, auch wenn da jetzt pro Person auch mal unterschiedliche Urlaubsziele verfolgt werden? Also generell kann man so davon ausgehen, wenn jetzt die Großfamilie anreist mit Großeltern, Eltern, Kindern, dann versuchen wir schon erstmal einen schönen Park auszusuchen, wo praktisch die drei Generationen sich zurechtfinden. Unter anderem auch in der Hausauswahl und in der Nähe zum Zentrum, also zu unserem Hauptzentrum Aquamundo, wo halt auch die Rezeption ist, wo die Restaurants sind, dass sich im Grunde jeder dann wohl fühlt. Eine andere Variante ist natürlich auch, wenn jetzt eine Reihe von oder eine Familie kommt, die mit mehreren Teenagern anreist, die dann sehr wahrscheinlich auch in den Park reinzubuchen, der auch von den Aktivitäten her den Jugendlichen gerecht wird. Also wir versuchen schon dann ein bisschen abzuwägen, wer reist an, welche Altersklasse, wollen sie es lieber ruhig oder mehr mit Ultrarutschen und so weiter. Da muss man dann schon abwägen und den Kunden dann halt auch sagen, fahren sie besser in den Park, weil da finden sie wirklich bestimmt was, was sie erfreut und was ihnen Spaß macht. Und bei älteren Leuten dann halt auch. Okay. Es gibt immer weiter, also sehr viele Senioren, die auch anrufen. Also im Grunde ist unsere Palette jetzt von 77 aufwärts genauso gefüllt wie Familien, die mit Babys und Kleinkindern anreisen. Also wir haben im Grunde für jede Altersstufe können wir Urlaub anbieten. Eine Sache, die mich da jetzt interessieren würde, also du bist jetzt schon da sehr konkret in Beispiele gegangen, da habe ich direkt drüber nachgedacht, was sind denn so die gegensätzlichsten Urlaubsvorstellungen, die dir jemals untergekommen sind? Also was waren so die unterschiedlichsten Ziele, die trotzdem in einer Gruppe vereint wurden? Und wie hast du denen dann geholfen, da einen Kompromiss zu finden, der dann für alle passt? Also im Grunde das Schwierigste ist, wenn, ich sage jetzt mal, in der Gruppe oder in der Familie jemand jetzt total ruhig ein Häuschen gern irgendwo hätte und die andere Partei oder die andere Gruppe sagt dann nein, aber eher da und da oder wir möchten das und das machen. Dann sage ich immer, ist es gut, zwei Häuser zu buchen. Ein kleineres Haus jetzt nur mal für die Großeltern, sage ich jetzt mal und ein größeres Haus für die Familie. Ich finde, dann kann man innerhalb vom Park, die Großeltern können sich zurückziehen, wie sie möchten und die Jugendlichen können dann auch Party machen abends noch im Wohnzimmer. Das ist dann immer so eine ganz gute Alternative, wo man sagen kann, okay, man stellt jetzt alle, ja, also alle finden da ihre Zufriedenheit und die Hoffnung auf einen guten Urlaub. Alles klar. Was war die, wenn du dich noch erinnern kannst, was war die lustigste Anfrage, die du jemals bekommen hast? Die lustigste, also ich sage ja immer bei den Kunden, ich habe keine Glaskugel. Wetter ist immer so ein, ja, so ein Thema, können Sie mir sagen, wie im Allgäu das Wetter am 13. November wird. Nein, weiß ich nicht, kann ich auch nicht einbuchen. Das sind so Sachen, ja, ich fange dann auch immer an zu lachen und lächle, aber manche glauben wirklich, man, also sie buchen und wir wissen aber nur alles. Also Wetter, nein, leider habe ich jetzt keinen guten Draht zum Wettergott, der mir dann sagt, so und so immer schönes Wetter. Noch nicht, vielleicht kommt das ja mit weiterer Berufserfahrung. Ja, vielleicht, 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 vielleicht. Oder halt eine andere Dame, die unbedingt ihren Hund mit ins Schwimmbad nehmen wollte. Und dann habe ich gesagt, tut mir leid, der Mops muss vor der Tür bleiben. Aber okay, ich habe ihr dann gesagt, er fühlt sich auch in dem Häuschen wohl und dann war sie auch guten Willens, dass sie ihren Mops nicht mit ins Schwimmbad nehmen darf. Ja, das wäre dem wahrscheinlich sowieso zu warm gewesen, muss man ehrlich sein. Auf jeden Fall. Tropisch mag der Mops nicht. Das dachte ich mir auch gerade, ja. Perfekt. Okay, zu guter Letzt, was würdest du denn UrlauberInnen raten, worauf sie bei der Reiseplanung so grundsätzlich achten sollten? Und vielleicht auch, worauf achtest du selbst, wenn du deinen Urlaub planst? Also ich würde wirklich sagen, dass man sich auf der Internetseite schlau macht. Da werden ja alle Parks angeboten. Es werden auch alle Aktivitäten angeboten, also wo der Kunde dann halt sagen kann, okay, was kann ich mit meinen Kindern da machen? Oder was kann ich als Elternteil, kann ich mich da auch entspannen, während die Kinder dann in einem Kurs sind, Wellness oder sonst was? Und die Kinder halt Bastelkurse machen. Auf jeden Fall im Vorfeld erstmal auf der Internetseite reinschauen. Dann auch sehen, welches Land man möchte. Also Nachbarland. Möchte man nach Holland? Möchte man nach Belgien? Möchte man nach Frankreich? In manchen Parks ist es auch so, dass eine europäische Kulturstadt direkt in der Nähe ist, die man dann bei einem Aufenthalt auch besuchen könnte. Ein Beispiel ist Dehaan mit der Stadt Brügge oder Sandford in Holland. Da könnte man einen Ausflug nach Amsterdam machen. Ja, und für mich selber, ja, eigentlich suche ich auch im Vorfeld immer genau aus, was ich möchte. Ob jetzt Wintersport oder im Sommer irgendwo hin. Also ich finde, eine genaue Planung ist dann schon die halbe Miete. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, cool. Das ist doch auf jeden Fall ein hilfreicher Hinweis. Und ich denke mal, gerade die Urlaubmachenden, die dann auch sicher sein möchten, dass der Urlaub so wird, wie man es sich vorstellt und dass alle auf ihre Kosten kommen. Ich denke, da ist dann besonders wichtig, dass man vorher auch weiß, was kann man überhaupt vor Ort machen und wie geht das überhaupt. Ich muss sagen, ich bei mir persönlich mag eine gute Kombination aus Spontanität und Planung. Also mir ist zum Beispiel schon wichtig zu wissen, was kann man in der Region machen und auch wie es ist organisiert und wo übernachtet man. All solche Geschichten, da achte ich schon sehr drauf. Aber ich bin dann jemand, der auch mal eine Woche vorher spontan was bucht und sich dann aber trotzdem noch informiert. Also ich bin da so ein bisschen die Mischung. Perfekt. Dann, Monika, vielen Dank für das interessante Gespräch. Das war ein richtig gutes Insider-Wissen auf jeden Fall. Schön, dass du dabei warst. Alles klar. Ich bedanke mich. Okay, danke. Danke dir, Monika. So, bevor ich mich verabschiede, möchte ich, wie in jeder Folge, noch ein paar Tipps und Tricks mit dir teilen. Und diesmal rund um das Thema Reiseplanung. Du planst deine nächste Reise, weißt aber noch nicht, wohin es gehen soll. Du fährst mit der Familie oder deinem Freundeskreis weg, aber die Wünsche und Bedürfnisse gehen dabei auseinander. Wir haben hier einige Tipps für dich zusammengefasst, die dir dabei helfen können, deine nächste Reiseplanung anzugehen. Tipp 1. Meer oder Berge? Chillen oder Aktivurlaub? Mach dir eine Liste mit Pros und Kontras und entscheide, worauf du Lust hast. Wenn du mit einer Gruppe fährst, legt alle diese Liste an und schaut dann, wo die meisten Überschneidungen liegen. So könnt ihr am besten einen Kompromiss finden, der dann am Ende alle glücklich macht. Tipp 2. Was passt ins Budget? Nicht jeder hat große Ersparnisse für die nächste Reise beiseite gelegt. Daher schau zunächst, wie viel Budget du für deinen Urlaub zur Verfügung hast und denk dran, dass davon in der Regel auch Verpflegung und Freizeitaktivitäten mit abgedeckt werden müssen. Und manchmal ist ein gut geplanter Campingurlaub um die Ecke viel schöner als ein teurer All-Inclusive-Urlaub am Mittelmeer. Tipp 3. Überlege, ob jemand aus deiner Reisegruppe bestimmte Bedürfnisse hat. Braucht ihr zum Beispiel behindertengerechte Toiletten, barrierefreie Eingänge und so weiter. Dann schaut zunächst, in welchen Locations diese Dinge angeboten werden und plant danach alles andere drumherum. Tipp 4. Generell gilt, man muss nicht immer weit wegfahren, um einen tollen Urlaub zu erleben. In Deutschland warten wundervolle Orte und Sehenswürdigkeiten auf dich, deine Familie und deine Freunde. So lernst du nicht nur deine Heimat besser kennen, sondern bist auch noch mit einem geringeren ökologischen Fußabdruck unterwegs, als wenn du mit einem Flugzeug in irgendwelche weit entfernten Länder verreist. Und das Wörterbuch zur Übersetzung kannst du dann in der Regel auch zu Hause lassen. Vielen Dank, dass du heute reingehört hast. Du weißt noch nicht, wohin deine nächste Reise gehen soll? Dann schau doch mal bei unseren Ferienparks vorbei und lass dich inspirieren. Die liegen an den schönsten Orten und allein durch diese Auswahl der Parks wirst du sicherlich ganz viele neue Ideen kriegen. Es ist wirklich für jeden was dabei. Den Link findest du in den Shownotes. Bis bald. Wir hoffen, dass dir diese Folge gefallen hat und du viele hilfreiche Tipps und Tricks rund um das Thema Urlaub mitnehmen konntest. Schön, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Schau gerne auch mal auf unserer Website centerparks.de vorbei, um dich für das nächste Urlaubsziel inspirieren zu lassen. Dort findest du auch weitere Informationen und Materialien rund um das Thema Urlaub von der Idee bis zur Abreise. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder Zeit ist für Urlaubslauschen, der Reisepodcast.